hey ach nein hey ich geh zu mir auf den Sack Hühnchen jetzt lass ich euch eiskalt draußen, jetzt darfst du ja nicht mehr da rein will man jemand schlafen gehen? ja ich mache schon ne ich bin´s mein, mein ne und so ok dann warte her und und warten 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 okay passt die scheiß hühnchen jetzt bin ich es soweit jetzt jetzt darf ich zum super mit bei hühnchen ich hab doch nicht ja klar ein hühnchen ist da unten juhu jetzt kann ich eine treppe bauen gut da kann schon mal kein wasser sein er wieder lapis was ist da los in der welt okay das ist da das nächste ist irgendwie finde ich auf höhe 6 mehr als auf höhe 10 komisch ich verzweifle hier an schafft ernsthaft gleich du weißt schon dass du dafür samen benötigst und nicht weizen ja ja so die vermutungen hatte ich nicht aber ich hätte das ist schon zugetraut dass er das gewusst hat so das kommt jetzt schon mal wo ich jetzt muss ich das da irgendwie hoch leiten und dann dreht sich um dann kommt raus dann dreht sich um und dann geht wieder rein das mag halt warten ja das mag halt auch mal sauber sein nur weil du nicht badest okay das funktioniert passt äh ich brauche ne redestellenferkel um zu gucken wie weit das signal geht das baby hühnchen folgt ja normal wird doch es folgt mir auch baby hühnchen der labert nur ein scheiß für dich einfach nicht angesprochen ich muss die mauer einreißen an einer stelle weiter die hühner ne nicht hühnerfarm ufarm hinkommt alle nachher ihr dürft alle rein ja ihr dürft alle rein wo dann ja kommt 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 ihr könnt ihr nicht in ihr kommt mir ja ich komme ich schlägt das ist es zu münchen das ist sehr wichtig gewesen und ich sage das exakt hat okay jetzt habe ich zwei eier drei jahre kippel heute schon sagen juhu wieder vier jahres okay mir fehlt es nur noch eine etage scheiß ich brauche noch immer die zwei jahre kippel was war jetzt nicht noch nicht lachen nicht lachen ist was ganz normales ich glaube er wurde geil äh jonas schaust du mal wieder nach dem zuckerrohr äh weiß ich nicht k gleich er schon macht los da achte es ist ja schön achte es ist gleich vollgewachsen ist ja schon bei drei von zwei d von zwei wird von drei von zwei die gesichten das wasser super lecker ist der dolly dolly man was wo ist denn dein ganzes leben hin du kriegst die ganze zeit damit du hast wieder nur noch viereinhalb live äh vier der jonas hat viereinhalb funktioniert das jetzt dann noch oder nicht das ist die frage einfach mal ausprobieren ich muss sagen was ist mit dem tommy passiert ja ich hab halt ein halbes zertzchen schaden geholt halbes oder ein ganzes ein ganzes ja vom skelett ein ganzes glaube ich auch ehrlich gesagt hatte der nicht mehr wie fünf aber da war ja die creeper explosion ach stimmt da war ja jetzt dumm auszuweichen gibt da ganz oft zu okay das verwirrt mich aber egal ich soll es nicht stören jetzt müsste das eigentlich doch funktionieren das redstone genie hat wieder zugeschlagen was ich hab wieder zugeschlagen ach ja nein ok ok es passt alles ich sollte langsam mal verzaubern ich bin schon auf level 31 30 30 30 und so was machst du eigentlich die ganze Zeit hab grad die Hühnchen geholt falls du sie nicht mitkommen hast ne hab ich nicht oh wir haben ja schon einen Verzauberungstisch ach sag an oh cool dann brauch ich bloß noch Bücher dann verzaube ich mir eine Spitzhacke oder dann hat ich gesagt die warum die Spitzhacke ich die Bia Spitzhacke oder das ist doch wenn das so dumm ist ja nein oder die Bombe kann keine Ahnung aber wenn sie jeder Spitzhacke verzaubern wenn du schon die Spitzhacke verzaubern aber auf level 30 ja ich weiß Jonas hat schon nicht gesagt wir haben Bücherregale haben ja auch drei Stück wo seid ihr Bücherregale Ah hab sie gefunden ich hab'n ich hab'n cooles Ding wie das ausschaut NEIN jetzt ist es kaputt gegangen das darf ich ach ich bringe erst mal Diamanten hoch hey lasst mich die Bücherregale platzieren ich weiß was cooles ich bin Tommi ich bin Tommi ich bin Tommi Stattahn ich bin wenn sie hier waren Tommi 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 das kenne ich schon wieder die platziert das ist lame du bist ja du bist ja wie du die platziert die Dinger aus du bist ja wie du die platziert die Dinger aus ja voll cool nein ich schon ja da ist unsere Kichtdäsch voll ich stehe ach den Piston